so meine lieben drachlinge das endlich zum laufen bekommen ich eigentlich haben wollte schaut sie euch an diri haben wir sie hier mal kurz x die wimpern die passen jetzt gerade nicht wimpern ist jetzt irgendwie das doofe wimpern ein bisschen dunkler vielleicht hier sieht man es nicht gucken wir mal dieses druck ist immer so am glänzen aber ihre augen wimpern schwarz kommen was ist schwarz schwarz ist das da glaube ich was da kommen ist egal das mal ist jetzt so ist eine hübsche theory so so dann wenn man selber nicht so weiß in seiner wohnung wo was ist dafür ist das den weiß schild na gut der winkel katze was das sind die wending machine hat jeder so ne ok was kaufen oh mist ich weiß jetzt nichts kaufen egal was habe ich gemacht jetzt habe ich mir einfach was gekauft das bett kann man da auch warte mal so einmal hoch gucken wir uns mal hier um sieht unbequem aus war naja besser als nichts der relik was ist damit wirklich auf sich hast niemand und diesen immer pause drücken wenn er spielen wollte ich glaube sie stand ja frauen da für ne aha musik ausmachen das kissen no life 3 er war aber zieht sie die project so ist er süß aber so ein fieber ist im echten links draußen im echten leben hier nicht begegnen amazon pakete keine ahnung wie sie aus waffenkammer ja alles möglich reintun ok was ist da wo kann ich meine sachen verschauen lager öffnen lager hm wenn die will ich behalten wenn da irgendwas besseres ist als die pistole gerne das andere ausgerüstet hatte keine ahnung alles nicht so aus kann man vielleicht zerlegen oder was auch immer da hm 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 mh 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 katana schwarzes einhorn so dass ich mitgenommen jetzt habe ich das schwarze einhorn nicht mitgenommen moment das muss dringend geändert werden nein wo ist es denn da ist es nahkampf waffen so meine gute dann nimmst du bitte ja das katana und schnitzel sich dann durch was gibt es keine monzen ok schade was ist das denn tech schoßwindel doppelläufig ja ich denke mal diese einfachen pistolen kann man so legen wir diese einfachen pistolen mal ein bisschen besonders grün ist immer am besten von sachen die doppel schrotflinte hier vielleicht ich weiß es nicht das ist er weg das ist er weg da kann man sich auch weg 89 schaden macht die 95 vielleicht kann man die ins lager tun tun wir sie mal ins lager diese vielleicht kann man die später noch weg machen transfer ab damit fertig so ich glaube ich gut ausgerüstet würde ich sagen ich speicher marke ins betten dann gucken wir mal das mal vielleicht noch irgendwas irgendwas machen ich habe vielleicht irgendeine mission was war schon der nacht wie siri erster akt ich glaube ich habe mir was eingefangen im verlinken mit dem konzern biomon irgendeinen eurovirus oder ich muss zu weg soll er mir sagen warum ein kopf und magen eine party feiern ich fahr dich hat eine karte dabei zu dir was an ich warte unten auf dich eigentlich wollte ich eher leben mission machen nachrichten da kann man sich alles mögliche ansehen ok muss irgendwas von dem aber sagt muss sein deutsch ist bei den bots achtung nomaden nice city mcpd empfiehlt sich diesen personen wenn möglich weder zu nähern noch sie anzugreifen die weißen die nochmals darauf hin dass normalen für 84 prozent der überfälle auf den straßen verantwortlich sind ja ja nicht ausgrenzen wurden angegriffen alle hat baut aha ja 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 gut typische spam kacke ich will das da weg haben auch ausmachen weiße führer auch mal meinen reiseführer an so klar fertig das sieht ganz normal aus jetzt so äh gut los moin moin es ist wenn du arbeit in watson suchst ruf mich an woher weißt du dass ich hier bin und wer ich bin ich weiß wie man an infos kommt wie eine art sammlerin ist dann wie was aber so okay es ist schon eine ok nachricht hauptmission die mission der auftrag das geschenk was wo ist das denn eigentlich karte wo müssen wir da hin oh da oben äh das muss ich mal gucken oder ich möchte das mal kurz wegmüllen egal so einfach mal raus was wieso ist da und meine alarm ding ist nicht an ist das so ich will nicht dass da jeder affe da in mein haus geht jetzt gehst du zu ja 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 scheiße taste die karte gucken karte ein bisschen dranzoomen also mit er die mäßig na egal noch mal raus ok da könnte man jetzt zeug verkaufen kappen und so was will verkaufen und so was gibt nein verkaufen eins im schmuck albums ja das ist meine großen verkauf oder was moment habe ich jetzt habe ich jetzt überhaupt an hatte ich jetzt nicht hier das wolfschule shirt an doch er hat sie gemacht Wir wissen, dass sie da drin sind. Was? Got another dry sun-filled week, come in your way, Night City. But soak in that sun while you can end. Deine Augen sehen vielleicht beschissen aus, Mann. Alte Nacht. Das hier ist Little China, Chumba. Wenn's zu laut für dich ist, hau dir ein paar Ohrstöpsel rein und dann kannst du Heier machen. Das ist es nicht. Was denn dann? Der Geruch? Klar, ihr steckt in dem Zimmer wie die Ölsardinen, aber nach 15 Minuten kriegst du davon gar nichts mehr mit. Ein Typ in dem Zimmer. Chumba, der ist gestorben. Was? Welcher? Der Grauhaarige schlief unter den ganzen Lumpen. Wir dachten, er wäre krank oder so. Aber dann haben wir seinen Schlafsack aufgemacht und... Puh. Uah. Hm. Schöne Stadtviertel. Na ja, gut. Wenn danger lurks, Trauma Team will be there. Sign up for our Platinum Plan today, because your team is worth it. 999993 Roden. Dann. Alles Geld. Heißt, was ich... Was dir Geld machen kann in Automaten ey. Interessiert mich, was sie macht. Was? 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 What? Was? 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 Waffe ziehen, du Washington. Waffe ziehen bei dem armen Kerl. So doof. Spiel. Ich balle den jetzt noch nicht ab. Ich glaube nur eins tiefer, oder? Tief. Ah, jetzt wirst du... Können wir euch runterkicken? Was? Was gibt's? Willst du was? Oh, hallo. Das ist Sparta Bam in Night City. Was? Hey, schubsen. Komm schon, du scheiß Teil. Äh, what? Das ist Sparta Bam in Night com. Dann gab's ein bisschen не da. Aufziehen. Die shore ist clair. Das ist einfach. Das ist eine 형 эта her?! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast einen heftigen Schlag drauf, Mädel. Schon mal überlegt, damit Geld zu machen? Ich kann Kämpfe arrangieren. Interesse? Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerensikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Hm. Ich hab deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Verstehe. Du willst dich an meiner Arbeit bereichern. An meinem Leid. Hey. Irgendwie muss man doch Geld verdienen, oder? Immerhin bin ich ehrlich zu dir. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaub an dich wie. Zeit der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Ich glaub an dich. Die sehr ersten Stages der Füße-Deduktion ist, dass wir dir eine Bio-Qualität, die auch Mother Nature kann empfangen. Probierst unsere frischlich entwickelten neue Tastes, und lasst deine Tongue überraschend sein. Alles Füße. Mmh, yummy. Lass mal sehen. 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 Lass mal sehen.